Das Uniradio Gerig FM zelebrierte am Freitag, den 27. September, seinen ersten Geburtstag. Um das einjährige Gebühren zu feiern, lud der Sendern das P7 zu einer Party ein. Gemeinsam mit ihren Gästen wollten Gerig FM auf ihr erstes Jahr zurückblicken. Es macht unglaublich Spaß. Ich freue mich darüber. Es war ein langer Weg. Wir hatten auch einige Holfersteine, die wir gemeinsam bewältigt haben. Aber ich freue mich. Es ist schön hier zu sein und ein Jahr zu sagen, cool, gemeinsam in dem Team einfach. Es ist das erste Jahr geschafft. Das erste Jahr ist immer am schwierigsten. Aber wir haben uns jetzt in unsere festen Rollen eingefunden. Wir fahren jetzt unsere Schienen, so wie es jetzt im Moment läuft. Viel haben wir jetzt erst mal nur ausprobiert, was so Veranstaltungen betrifft und so die Sendungsformate. Das ist halt alles noch im Keim im Prinzip. Besucher und Gäste konnten sich über die Arbeit von Gerig FM informieren, an Gewinnspielen teilnehmen, der Musik lauschen und sich über neue Vorhaben informieren. Wir haben uns überlegt, dass wir auf jeden Fall unsere Produktionstechnik ein wenig ändern werden. Im Moment produzieren wir ja zwei Wochen im Voraus. Das wollen wir halt in Zukunft ändern, dass wir tatsächlich live senden können und dann halt auch aktuell aufs Tagesgeschehen Bezug nehmen können. Wir haben natürlich vor, weiterhin in der Redaktion zu wachsen und ganz viele spannende neue Sendungskonzepte erwarten werden. Auch Campus TV gratuliert zum ersten Geburtstag und wünscht noch viele weitere erfolgreiche Radiojahre. Bis zum nächsten Mal.